Musik Hey Sonja, was ist denn los? Ach, ich habe am Wochenende Kindergottesdien. Na und? Ich habe noch keine Idee. Du brauchst was Frisches. Oh. Und was Freches. Nicht schlecht? Und was Fröhliches. Wie wäre es mit einer Fortbildung? Das ist eine gute Idee. Nächstes Jahr im November gibt es eine Fortbildung für alle, die mit Kindern in der Kirchengemeinde arbeiten. Unter dem Motto Frech, Fromm, Fröhlich, Frei. Neue Ideen und Methoden in der Kinderarbeit. Wir sehen uns auf Kirch. Bis dann.